Musik 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 Ich weiß noch mal, dass ich das mitbekommen habe immer im Vlog aber der Dani der Dani Hofstetten er ist ein mega guter Koch und immer wenn wir irgendwo gewesen sind in Dublin oder in Budapest hat er uns zum morgen Pancakes gemacht und das ist das grösste und jetzt, als ich eine Küche habe kann ich mir auch zum morgen Pancakes machen das ist mega mir selber zum morgen kochen ist ein bisschen neu für mich das habe ich auch in der Wohnung eigentlich nie gemacht ich bin bis jetzt eher so ich mache mir schnell ein Muesli und das ist es gewesen es ist eigentlich nur Muesli ich esse immer Joghurt zum morgen und jetzt natürlich bedingt durch keine Wohnung und unten weg ist es oft auch so gewesen Muesli fertig super und jetzt, als ich aber jetzt die Pancakes gemacht habe und dann seit ich halt kochen kann bin ich mir viel mehr am überlegen am Morgen mir Zeit nicht zum kochen das finde ich eigentlich etwas mega Schönes aber neue Welt ich muss mich jetzt schlau machen was man alles zum morgen machen kann und ich habe, als ich die Wohnung aufgegeben habe, viele Bücher weggegeben ich habe auch viele Kochbücher weggegeben weil ich gefunden habe, ich habe entweder vieles schon mal gekocht oder ich brauche es eh nicht mehr aber zwei Kochbücher habe ich noch ich weiss nicht warum ich sie behalten habe das hier gehört vielleicht auch das könnte sein was Katie Ate ist glaube ich eine Bloggerin aus der US ist ein mega schönes Kochbuch und eines was ich mal gekauft habe für den Bus The Great Outdoors das ist ein cooles Kochbuch weil es hat ganz viele so kleine Rezepte drin also wo man etwas machen kann aber halt nicht wahnsinnig viel braucht nur eine Pfanne braucht mache ich jetzt mal schlau und koche mir in den nächsten Tagen immer ein morgens ich freue mich jetzt mega die Pancakes sind das grösste und morgen gibt es wahrscheinlich dann ein Spiegelei oder so